Hallo Schorsch, ich glaube hier ist ein Fax ist angekommen. Was kann dieses Gerät dann noch alles? Ein Faxgerät und Kühlbox hinein, das ist ja geil. Danke liebes Faxgerät. Und der Walter ist wieder von den Toten aufgestanden, aber die Kölner Gegend hat dem Walter nie so gut gedacht. Entweder ging er verloren oder ist es verstorben.